Snapchat mal wieder. Ah, ich wollte eh noch Benedikt schreiben wegen gestern. Ich weiß nicht, dass wir trotzdem nicht vollkommen in ein anderes reinmachen. Hä? Benedikt hat ja immer noch nicht geantwortet, aber gelesen hat er schon seit bestimmt 10 Minuten. Das ist ja voll komisch. Ey, antworte mal. Das war echt nicht in Ordnung bis gestern. Alter Junge, es schiebs doch einfach. Es ist nicht in Ordnung. Boah, soll ich ihn zurückschreiben? Ey, es war nicht jemand, ne? Boah. 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 Ja, besser als eine Stunde zu warten. Wir können auch kurz bei meiner Freundin vorbeikommen und dann können wir es klären. Und bis wir das dann fertig haben, können wir dann zum nächsten Bus. Und das. Okay, machen wir so. Was ist denn das für ein Scheißlied? Richtiger Mulm. Was ist denn das für ein Mulm, alter Scheißlied? Jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal auf den Bus kommen. Ja, der kommt ja gleich in zwei Minuten. Ja, ich hoffe er hat keine Verspätung. Also der hat schon damals kein Verlassen. Junge, nicht der schon wieder. Ey Benedikt, warte mal. Ja, Junge, nicht der schon wieder. Ey Benedikt. Was ist? Warte mal. Ja, das würde ich auch absolut verstehen. Aber es ist ja nicht mehr gelaufen. Ich habe sie ja nicht mal geküsst. Wir haben ja nur gekuschelt und... Ja, und das machst du jetzt per WhatsApp oder was? Und dann auch dein Smile dahinter. Zwinker, Zwinker oder was? Warte, ich muss lachen. Komm schon, du hast das gehört. Junge, Alter, ich sagte, wenn du jetzt nochmal aufmachst. Okay. Du hast das gehört. Du hast das gehört. Jetzt brauche ich es mal. Ja, der Bus hat schon seit fünf Minuten nach so ein bisschen. Junge! Ja, halt. Jetzt habe ich die Jacke wieder auf. Ja, mach halt zu! Mann, äh... Okay. Ja, ist ja okay. Ja, ist ja okay. Du brauchst doch meine Jacke aufzuwachen, Alter. Ja, ist ja okay. Ja, ist ja okay. Ich sag doch Deutsche Bahn. Ja, du sagst schon was von Frauen. Du bist in West, wo es ich von Deutsche Bahn. Ja, das ist ja okay. Okay, ich laufe. Das ist ja schön. Mann, das war jetzt sehr süß auf das Bild, was ich da gewartet habe von dir. Äh, halt, was du von mir gewartet hast. Man zieht auf jeden Fall viel in die Kamera ab. Warte, ich muss die Jacke aufmachen, ich hasse das, wenn die sich so dreht. Ja, ist bei mir halt auch so, aber ist schon scheiße.